Jetzt willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder ein bisschen Sound für euch. Nach dem letzten Video haben wir doch die eine oder andere Anfrage bekommen und jetzt steht das nächste Auto hier. Ein Mercedes GLC, ich glaube ein 250 CDI, ist auch schon von uns leistungsgesteigert, von einem Jahr oder so war der Kunde hier. Ja und anscheinend finden das doch relativ viele Leute ganz cool, solche Sachen nachzurichten, beziehungsweise lassen das gerne bei uns machen. Ja, wir haben wieder so ein CETE Soundbooster. Es ist genau das gleiche System wie im BMW 435 Diesel, wo wir es halt euch vor ein paar Wochen gezeigt haben. Fabi ist dran. Einbau ist halt immer, ja Fabi, wir denken schon wieder ein ganzer Tag mit mindestens zwei rumkommen und wir nehmen euch da wieder mit. Ist zwar nicht viel anders, aber ich glaube, dass der eine oder andere gerne auch mal sein Modell dann hören möchte, obwohl der Sound ja digital erzeugt wird. Ich bin mal gespannt. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass nach dem letzten Video doch, ich glaube, wir haben noch zwei in der Pipeline jetzt. Ich glaube, ein A842 TDI möchte, glaube ich, zwei haben und ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist Wahnsinn, was da ein Bedarf für da ist anscheinend. Also ist ja so, wie gesagt, nicht sichtbar. Ist wieder innen drin im Kofferraum, ist wieder eingebaut. Hast ja alles gezeigt oder zeigst du alles. Wir geben euch jetzt noch eine Soundprobe gerne, gerne anfragen. Das ist fast für alle Modelle möglich. Es ist für Modelle möglich, die so ein Ding verbaut haben. Da gibt es dann so Booster. Man kann einen zweiten einbauen für Modelle wie hier oder auch bei dem Vierer, den wir gemacht haben, wo es nicht vorhanden ist. Kann man ein oder zwei Booster nehmen. Alles möglich. Und bin gespannt. Okay, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.